ja hallo und herzlich willkommen zu diesem video in diesem video zeige ich ihnen wie man die youtube channel url ändert mein name ist philipp neurater und ich bin ihr digital expert bei business fragen.com zuerst mal hier im beginn des videos will ich mich bedanken bei unseren abonnenten wir haben es nun endlich geschafft der youtube kanal von businessfragen.com hat nun 100 abonnenten erreicht und das ist auch eine voraussetzung um die channel url bei youtube abzuändern denn dies sind die voraussetzung für eine benutzerdefinierte url für einen youtube channel zuerst einmal eben diese 100 abonnenten muss der youtube channel haben außerdem muss der youtube channel bereits 30 tage existieren man muss ein foto als kanalsymbol hochgeladen haben und kanalbilder müssen auch hochgeladen sein wie kann man nun eine benutzerdefinierte url beantragen beziehungsweise einstellen dies macht man hier ich bin hier im youtube studio hier auf unseren kanal business fragen man muss nun hier unten auf einstellungen gehen nun finden wir hier bei einstellungen hier den reiter kanal hier oben müssen wir auf verfügbarkeit der funktionen gehen und hier unten ein wenig versteckt klicken wir auf status und funktionen dann öffnet sich hier im browser ein neuer tab und hier sehe ich auch zum beispiel ob unser kanal jetzt urheberrechtliche entwahrungen hat oder nicht hier kann man auch sehen ob unser youtube kanal bereit ist für die monetarisierung oder nicht und hier finde ich auch die benutzerdefinierte url diese kann ich hier und nun aktivieren und hier unten kann ich jetzt dies beantragen hier klicke ich auch einmal drauf und mir wird schon vorgeschlagen dass wir unsere benutzerdefinierte url hier business fragen nennen können das will ich natürlich machen und akzeptieren ja einmal die nutzerungsbedingungen und klicken hier unten auf dem plan button url ändern bestätige die auswahl und das ganze müsste jetzt schon funktioniert haben das war hier das hier war unsere alte url unseres kanals und nun können wir hier einmal das ganze ausprobieren indem wir wissen fragen eingeben und ente klicken und wir sind wir kommen zu unserem kanal alles hat super funktioniert wenn sie weitere tipps und hilfreiche informationen zu dingen wie business digitalisierung online marketing haben wollen dann abonnieren sie doch unseren kanal und hinterlassen sie ein like auf dem video vielen dank